Hallo liebe Gitarrenfreunde, ich bin der Berndi Greif von der Soundland Gitarrenabteilung. Ich zeige euch hier heute eine Tom Anderson T-Classic in Black. Soundland ist sehr stolz darauf, euch in Deutschland exklusiv Tom Anderson Gitarren präsentieren zu können. Die Gitarre, die ich hier habe, ist eine T-Classic, ganz klar eine Taylor Style Gitarre. Typischer Tom Anderson fügt dem Original eben noch ein gewisses Plus an Ansprache und an deutlich modernerem Perfektionismus hinzu. Ohne die alten Sounds zu vergessen, hört sie euch ganz einfach mal an. Musik 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 Falls euch diese oder andere Gitarren bei uns gefallen haben, schaut ganz einfach hier vorbei. Wir würden uns freuen, euch hier bei uns begrüßen zu dürfen. Oder schaut euch hier auf unserer Homepage noch etwas die anderen Videos an. Vielen Dank, Tschüss. Musik 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 Musik